Hans, ich bin es leid. Ich sehe keine Nachhaltigkeit in unserer Beziehung. Von wegen alte Liebe rostet nie. Meine Liebe ist verrostet, sogar sehr böse verrostet, bis zum Verfall. Es reicht mir. Es ist aus. Aus und vorbei. Geht wohl. Wie ist das? Hast du keine Augen im Kopf, du Arschloch? Ja, mein Freund. Achtung! Sikorski? Und was ist das? Zinkowski. Zinkowski? Nein. Zinkowski, wir haben einen äußerst seltenen Befund bei ihnen gemacht. Ihre roten Blutkörperchen unterscheiden sich von den herkömmlichen Berliner. In ihren Adern, Zinkowski, fließt kein Blut, sondern Zink. Sie sind feuerverzinkt. Äußerst gut sogar. Feuerverzinkte Oberflächen weisen eine zehnfach höhere Härte auf und sind somit unempfindlicher gegenüber den normalen Belastungen im Alter. Herzlichen Glückwunsch.